Sehr gut. Also wenn wir uns bei unserem Plakat gedacht, dass die ukrainischen Soldaten ja wirklich mutig kämpfen, obwohl Putin gerade Frauen, Kinder und wirklich alle tötet und die Ukraine so ein bisschen das Schutzschild noch für uns ist und wenn die Soldaten da halt nicht kämpfen würden, wäre wahrscheinlich auch ganz Europa einfach kaputt von Putins Selbstsucht und allem, was mit diesem Typen nicht stimmt.